Unsere Nummer 1 Jens Schleber und die Nummer 3 Ricardo Osorio. Der Käpt'n strahlt hier in der Sonne. Capitano, wunderbares Erlebnis heute hier mit den Fans. So oder so kann die Saison losgehen. Ja, das stimmt, es macht immer Spaß, wenn man sieht wie viele Leute hier sind und uns unterstützen. Ich hoffe, dass es die ganze Saison so geht, dass wir Erfolge feiern können und noch mehr Leute kommen. Ihr seht so ein bisschen hängende Mundwinkel bei dem Thomas. Das kommt aus dem Grund, weil er dieses Jahr schon eine herbe Niederlage kassiert und zwar im Tennis im Trainingslager. Gegen Jens Schleber, nicht nur unsere Nummer 1, sondern auch unser Tenniskönig. Ganz wichtiger Erfolg, oder? Das ist gut für die Stimmung, ja, das ist wichtig für mein Selbstbewusstsein auch, dass ich hier den etwas jüngeren Hitze nochmal in den Schranken weiß. Das sind ja nur 2-3 Jahre Unterschiede, das ist ja kaum ein Problem. Osor, 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 spanische oder mexikanische Temperaturen heute beim Obeling, du fühlst dich auch schon wieder richtig wohl hier unten. Gute Fans, oder? Ja, sehr gut, und jetzt! Wunderbar, das sind unsere Wigwolls-Nummern-Applaus, bitteschön. Thomas Hitzensberger, Kapitän, unsere Nummer 1, Jens Schlebermann und unser Verteidiger, Riccardo Storio.